Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich habe ja jetzt die vergangenen Jahre immer ab und zu mal so ein kleines Update-Video gegeben, wie mein Gaming-Setup aussieht und wie ich mir meine Ecke, sag ich mal, so eingerichtet habe. Und das letzte Video müsste jetzt... Wie lange ist das her? Über ein Jahr zumindest. Sagen wir anderthalb Jahre könnte das, glaube ich, her sein. Ich meine, das hatte ich echt so letztes Jahr im Februar, glaube ich, oder so rausgebracht. Also ein bisschen mehr als anderthalb Jahre. Und es hat sich ein bisschen was getan. Und das wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen zeigen. Das heißt, ich springe jetzt auf mein Handy. Das ist jetzt nicht die beste Kamera. Also es ist okay, es ist mit dem OnePlus 7. Also vielleicht zum Gaming-Setup gehört dann vielleicht auch das Handy. Ich mache mir die ganzen Benachrichtungen weg. Das wäre jetzt hier das OnePlus 7 Pro, was ja dieses Jahr rauskam. Hatte ich ja, meine ich, ein Video zugemacht. Oder? Hatte ich das? Weiß ich nicht. Hatte ich, nee, habe ich glaube ich nicht. Ich habe zum OnePlus 6 ein Video gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Handy, wenn euch das jetzt interessiert dafür. Aber es war schon nicht billig für den OnePlus. So, dann sind wir jetzt hier. Ich filme mit meinem Handy. Die Audioqualität ist in Ordnung, würde ich sagen. Fangen wir mit dem Laptop an. Das ist ja das Yoga, also Lenovo Yoga 370 müsste das sein. Da hat sich nicht viel getan. Hole ich mir jetzt erstmal kein neues. Dann die Bildschirme ist ja noch der Dell U2518. Den mit dem bin ich sehr zufrieden. Den kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr einen guten IPS-Bildschirm haben wollt. Den ihr auch bezahlen könnt. Der hat jetzt unter 300 gekostet. Ich glaube 250 oder so hatte ich bezahlt. Was eigentlich ein fairer Preis ist. Dell-Bildschirme sind immer ganz gut von der Qualität. Der andere ist der Asus ROG 27 Zoll TN Panel mit 165 Hertz. Wobei ich die 165 Hertz eigentlich nie anhabe. Sondern nur die 144 Hertz. Der hier hat nochmal 60 Hertz. Das ist mein Bildschirm zum Video bearbeiten, programmieren. Und das ist ja zum Zocken. Dann die Webcam Logitech C290. Bin ich eher so semi zufrieden mit, sag ich mal. Das mit den Lichtverhältnissen ist echt nicht gut. So, Tastatur ist neu. Zum letzten Mal. Das ist das erste neue jetzt. Das ist die G513, die ja nicht ganz so billig ist. Mit der bin ich aber ziemlich zufrieden. Die Tasten sind mechanisch, aber nicht so super laut, dass die in den Videos euch stören würden. Wenn ihr andere Erfahrungen damit gemacht habt, könnt ihr es gerne schreiben. Das Problem ist aber, dass die Handballenablage, die ganz cool ist, weil die so schön weich ist, gepolstert, ledermäßig. Die ist nicht feste dran. Also da frage ich mich wirklich, was bei Logitech schief gelaufen ist. Ansonsten ist die Tastatur ziemlich nice, wobei sie nicht ganz so billig war. Die Maus habe ich jetzt ganz neu. Die kam heute an. Das ist die Logitech G502 Lightspeed. Kabellos wieder. Ich habe ja schon seit 10 Jahren kabellose Mäuse. Weil ich das einfach cooler finde, habe ich mehr Freiheiten. Keine Ahnung. Manche können das nicht nachvollziehen. Manche fühlen das nicht, sagt man ja heutzutage auf Neudeutsch. Manche fühlen das nicht. Ich finde es besser. War jetzt auch nicht so billig. Logitech übertreibt ein bisschen mit den Preisen. So, Mauspad, Rocket, Taito, Dab XXXL. Also ist ja hier, weißt du, 60 cm x 30 cm oder sowas. Wobei, nee, 80 x 30 cm, keine Ahnung. Es ist super groß. Dann die beiden Bildschirme sind an einem Monitorarm. Ich hoffe, man hat es irgendwie halbwegs gesehen. Der war einfach irgendeiner von Amazon. Lampe, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, Mikrofon ist das rote NT-USB an einem Mikrofonarm. Da hinten liegt irgendwelche Zeug rum. Ist auch wurscht. Und das ist das jetzt. Überhalb, unterhalb der PC. Da hat sich nichts getan zum letzten Video. Außer die Grafikkarte. Die ist neu. Das ist die RTX 2080 von Asus. Müsste das sein. Die WinForce. Das hat mit drei Lüftern. Die hatte ich mir zum Release geholt. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen schneller die neuronalen Netzwerke trainieren kann. Ja, ist schneller. Aber ich sage mal so. Wenn ihr in Full HD spielt, braucht ihr sowieso keine 2080. Ich habe ja jetzt hier beide Bildschirme in WQHD. Dafür braucht man schon eine bessere Grafikkarte, dass man auch auf am besten 144 Hertz ankommt. Was ich mit der auch erreiche. Aber die war jetzt halt auch ziemlich teuer. Ja, da muss man jetzt mal dazu sagen bei der ganzen Geschichte hier. Jetzt denkt ihr nicht, dass ich hier, also es war schon alles teuer, ja. Aber ich kann das meiste ja absetzen, weil das ja mein Arbeitsplatz ist für meine freiberufliche Tätigkeit. Deswegen kann ich hier bei den ganzen Sachen, weil das ja mein Arbeitsplatz ist, die 19% Mehrwertsteuer oder wie viel das auch immer ist, absetzen. Die kriegt man dann ja wieder vom Finanzamt. Das heißt, für die Grake habe ich dann nicht blablabla bezahlt, sondern blablabla minus 19%. So, Mikro habe ich gesagt, Bücherregal hat sich nicht viel getan. Hier sind ja die beiden Lego-Dinger, die ich letztes Mal aufgebaut habe. Und ja, Star Wars Bücher, Harry Potter, ein paar Spiele. Die meisten Spiele hat man ja heutzutage nicht mehr in der Hülle, ne. Hier ist der Fernseher, der ist neu. Guten Tag, er spiegelt sich. Das ist der LG OLED 55 Zoll B8. Den hatte ich Anfang des Jahres gekauft. Bin ich zufrieden mit, wobei man jetzt auch sagen muss, wenn man das Geld für den OLED nicht ausgeben muss, ist das auch wirklich nicht schlimm. Weil, also klar, das ist besser von den Kontrasten vom Schwarzwert. Also die Frage, ob das den Preis rechtfertigt. Naja. Und hier unten ist meine Switch. Also das ist so ein kleiner Update. Der Fernseher war halt neu, die Maus war neu, die Tastatur war neu. Und die Graka war neu, der Rest sollte gleich geblieben sein. Und geplant ist derzeit nicht wirklich was Neues zu kaufen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei... Und das Handy war neu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao. Und das Handy war neu.